Die Räder sind sehr hoch und sehr hoch und sehr hoch! Die Räder sind sehr hoch und sehr hoch und sehr hoch. Die Räder sind sehr hoch und sehr hoch und sehr hoch. Da wird noch gesprintet zwischen den Sars-Kolinkern. Die haben wieder tolle Leistung bekommen. Die Patrick Lofra, super dabei auch noch. Patrick Lofra, da kommt auch die 22 noch und die 17 mit der 24. Dominik Faucher, der sich schon bei der Kälte sauglässig aufgezeigt hat. Und auch die Stimme mit dabei. Roman Mienicke von der Bike Points in Wiesburg. Die Nummer 2 ist auch zu der Fremdscherbe. Das sind alles Kaliber, das sind Kapazone auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike. Wir haben hier eine Wahnsinnsbesetzung. Wir werden dann ein bisschen plaudern mit den Applaus der Zuschauer. Der Bernhard Empi, immer mit dabei. Bravo Bernhard. Ich habe vom UAC Reika Stöger. Ich habe vom UAC Reika Stöger. Das ist ein Dachloser. Was haben wir da? 33. Ja, ja, ja. Habt ihr mal gesehen, ja. Das geht in den kleinen Lund. Nein, nein. Ich habe den Hörstück geschenkt. Hörstück geschenkt, ob ich. Das ist der Ramport, der die Blaupassen. Das ist der Ramport, der die Blaupassen. So, Kond 5.30. So, Kond 5.30. Kond 5.000 Berg. Kond 3.30. Kond 5.30. Danke. Danke. Wir sind froh. Das war der Kond 5.30. Das war der Kond 5.30. Ganz oft gekommen. 1.000 Kilometer. 2.25 been vindr. 3.75. DAS 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 , DAS 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 Da muss man die letzte Dame sein, die Nummer 29. Ja, wie wir erwarten. Evi, Ege, Ebeling, Ege, Ata, super. Ja, Christoph Flindberger. Aber großartiger Sieger, die Nummer 36. Das ist ein Kronprasch und die Nationalen in Russland. Danke, danke. Nächste Beauty. Hey, was auf jetzt? Danke, Ata. Ich begehe hier. Auf geht's euch. Auf geht's. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Ja, jetzt kommt bei dem in der Füße. Man braucht nur den alter Sanchi, den Kontakid anzuschauen, wo der Ausgastgebiet natürlich ist. So, dann haben wir den. Riesi Plotner, herzliche Gratulation. Riesi Plotner vom Bike Express. Martin Reinhold von den Los Raditos. Stimmings-Club-Spar-Kasse Kruppstein. Ewald, da gibt es noch einen Sprintmeter 39. Mississimi-Kelbel Schmeicher. Klaus Hobart. Laufスkamera. und der macht schon bei einer T-Fibli. Ja, aber warum? Ich habe ihn unterhalten. Hier, hier, in der Kofelkarten 49, der Mann Fredasner. Wohlfühl, das ist der nächste Spruch des Tages. Was gehört denn Wohlfühl? Brauch, alle! 16,47! Ja, das war das Handicap. Bravo!